Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben eine gesamte Basis erledigt, von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Frontengeschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück, wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber Loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass sie neben ihm stehen. Aber agieren sie trotzdem besonnen. Sie müssen die unschuldigen Zivilisten schützen. Er sind Snamibor. Nicht vergessen, kein Russisch. Die Treppe hoch, los! 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 Die kommen gerade rechtzeitig! Waffen und Munition überprüfen! Die Treppe hoch, los! Die Treppe hoch, los! 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 Die Treppe hoch, los! Die Treppe hoch, los! Rüte vor! Gruppe 6. Wir senden den Kruppel zu 17. Rüte vor! Rüte vor! Rauch! T 포! Trenge in der Barsch! Atax! 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 Los, los, los! Bereit! Bereit! Los! 30 Sekunden, los! Hier lang, los! Korridor gesichert! Feuer einstellen! Komm rein! Dieser Angriff war eine klare Botschaft, Makarov. Das war keine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Der Amerikaner dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen.